Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass wenn f eine differenzierbare Funktion ist und x0 eine Extremstelle und keine Randstelle ist, dann folgt daraus, dass f' von x0 gleich 0 sein muss. Außerdem solltest du bereits wissen, dass die zweite Ableitung, also f2' auch die erste Ableitung von f' ist. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam eine hinreichende Bedingung für Extremstellen über die zweite Ableitung erarbeiten. Fangen wir einfach gleich damit an. Hier haben wir eine Grafik und einen kurzen Lückentext und da folgt schon der erste Arbeitsauftrag. Fülle die Lücke und noch eine Frage zum Text. Warum garantiert die Bedingung f2' von x0 kleiner 0 einen Vorzeichenwechsel von f' von minus auf plus? Nimm dir dafür kurz Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir darüber. Also gut, schauen wir uns als erstes noch den Lückentext an. Wenn gilt, dass f' von x0 gleich 0 ist und f' das Vorzeichen an dieser Stelle von minus auf plus ändert, dann folgt daraus, dass f an der Stelle x0 ein lokales Minimum hat. Darüber haben wir im Videolernzyklus davor schon recht viel gesprochen und auch hier an der Grafik erkennt man noch einmal sehr schön, dass das genau so sein muss. Also f' beschreibt ja die Steigung von f und wenn die davor negativ ist und danach positiv, dann ist uns das genug, damit wir sagen können, f hat an der Stelle x0 tatsächlich ein lokales Minimum. Jetzt stellt sich noch die Frage, warum garantiert diese Bedingung diesen Vorzeichenwechsel? Dafür müssen wir uns daran erinnern, dass f2' ja auch die erste Ableitung von f' ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt f' an der Stelle x0 ein bisschen näher untersuchen wollen, dann kann uns f2' dabei helfen. Denn wenn f2' von x0 größer 0 ist, dann bedeutet das ja, dass die Steigung der Tangente an den Graphen von f' an der Stelle x0 positiv sein muss. Das bedeutet, wenn man das genau unter die Lupe nimmt, beziehungsweise den Graphen von f' an der Stelle x0 genau unter die Lupe nimmt, dann muss die Situation dort in etwa so aussehen. Und da erkennen wir jetzt sehr schön, dass der Verlauf von f' so ungefähr sein muss, wenn die Tangente sicher positive Steigung hat. Und daher garantiert uns diese Bedingung wirklich, dass f' hier das Vorzeichen ändern muss. Schauen wir uns jetzt auch noch die umgekehrte Situation an. Auch hierfür gibt es noch einen kleinen Arbeitsauftrag, und zwar wieder fülle die Lücke und dann noch die Frage, warum garantiert hier die Bedingung g2' von x0 kleiner 0 einen Vorzeichenwechsel von g' von plus auf minus? Nehm dir dafür kurz Zeit, posiere kurz das Video und dann sprechen wir noch darüber. Also gut, fangen wir wieder mit dem Lückentext an. Wenn g' von x0 gleich 0 ist und g' an dieser Stelle das Vorzeichen von plus auf minus ändert, dann folgt daraus, dass g an der Stelle x0 ein lokales Maximum haben muss. Darüber haben wir im Videolernzyklus davor schon recht viel gesprochen, und auch das ist hier anhand der Grafik sehr gut erkennbar. Es stellt sich nur auch hier jetzt wieder die Frage, warum garantiert uns diese Bedingung über die zweite Ableitung diesen Vorzeichenwechsel? Dafür müssen wir uns wieder daran erinnern, dass g2' ja auch die erste Ableitung von g' ist, und wenn wir g' an der Stelle x0 näher untersuchen wollen, dann kann uns g2' dabei helfen. Und zwar, wenn wir wissen, dass gilt, dass g2' von x0 kleiner 0 ist, dann bedeutet das, dass die Steigung der Tangente an den Graphen von g' an der Stelle x0 negativ sein muss. Wenn wir uns jetzt also den Graphen von g' an der Stelle x0 genauer unter die Lupe nehmen, stellen wir fest, dass der in etwa so einen Verlauf haben muss, denn wir wissen, die Tangente an den Graphen an dieser Stelle hat sicher negative Steigung. Und hier erkennen wir schon, dass das tatsächlich diesen Vorzeichenwechsel garantiert. Wir haben damit jetzt noch einen weiteren Weg gefunden, wie wir Extremstellen gut identifizieren können, und wir werden das auch noch anhand von Beispielen im Rahmen dieses Videolernzyklus ausprobieren.